Halblüchen, Freunde. Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, in der letzten Folge haben wir versucht, Halsin zu retten. Ging natürlich in die Hose und ich hab mir gedacht, ich probier's noch einmal. Und wenn's nicht klappt, ist er tot und dann müssen wir weiterspielen. Ich hoffe, wir kriegen's hin und, äh, probieren, geht überstudieren. Okay, ich hab Angst. Ich hab übrigens noch ne lange Rast gemacht, damit unsere Zauberplätze alle ficht sind. Ich will zuerst wissen, was ich erwarten soll. Daniel ist trapped in the Shadowfell. Aber dank zu deinen Efforts, weiß ich, woher zu schauen. Jetzt muss ich da, allein gehen. Moment, sollte ich nicht mit euch kommen? Diese Möglichkeit hat 100 Jahre in der Mögen. Es muss ich sein, und nur ich. Aber ich habe dich hier nicht gebracht, um ein altes Druid zu sehen. Du hast eine Rolle in das Spiel, und ich glaube, dass du es gut spielen kannst. Mit der Oakfathersbüffelten, kann ich den Shadowfell infiltraten, aber das tun wird, wenn ich meine Güte versuche. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich zurückkehren muss. Ich brauche, dass du hier bleiben. Ich brauche, dass du den Portal öffest, bis ich zurückkehren muss. Und schütze es auf alle Kosten. Es ist das Selbstmord, alleine aneinander zu gehen. Ich komme mit verteidigen. Wie meint ihr das? Die Schäden werden nicht verabschieden, ohne ein Kampf. Wenn ich den Portal öffne, wird sie wie Carrion-Birds, und versuchen, es zu zerstören. Du musst nicht das passieren. Ich versuche, dass ich den Portal öffne, wenn ich den Portal öffne. Ich bin nicht mehr, dass ich den Fall öffne. Es dauert mir Jahre lang, zu studieren. Für mich zu suchen, für den Oakfathersbüffelten. Für mich zu finden, um ein Weg zu spüren. Ich versuche, dass das funktioniert. Oakfathersbüffelten, höre mich. Okay, das wird übel, Leute. Hier vorne hatten wir die eigentlich ganz gut im Griff, nur die dämlichen Bogenschützen. Die waren der ausschlaggebende Punkt, diese Kack-Bogenschützen. Diese hier, die Aasgeier, die müssen weg. Direkt schon in der ersten Runde. Okay, was haben wir denn hier? Ähm... Mach des Inquisitors. Okay, plus ein riesender Schaden, das ist schon mal nicht schädlich. Das ist ja der erste... 37... Arme von Radar. Das habe ich gemacht wegen Wasser, falls Gay nachher nochmal irgendwie so ein Blitz hier hinschießen sollte. Du musst nicht weiter kämpfen. Was machen wir denn? Wollen wir einfach draufballern? Ja, die erste Runde ist recht easy. Ah, sauber. Einer ist tot. Sehr gut. Okay, der ist auch schon mal weg. Runde eins haben wir vielleicht. Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Fick. Hallo. Wen habe ich denn jetzt hier? Kala? Ja, der ist weg. Den ballern wir auch nicht. Hallo. Hä? Hallo. Wie soll ich? Du kannst mich verarschen? Wo für mich verarschen? Ja, die kann nicht mehr laufen. Wo bin ich hier? Na ja. Wo bin ich hier? Ist er tot? Ja, ist er tot. 50% Runde 4 schon benutzen? Kostet mich das denn Zauber? Anscheinend nicht, ne? Eigentlich könnte ich dann 3 Züge bitte, wenn Schaden erlitten wird. Probieren. Aufladen, einmal kurz zu. Ich spreche, sie brennen. Kann ich jetzt Tote beleben? Okay, hier ist es hier. Ah, geil. Wenn ich jetzt rein theoretisch ein Stückchen hier vorgehe. Der da? Der, okay, der geht nicht. Warum auch immer. So ein toter Diener. So ein toter Diener. Ach, was? Sind das Bogenschützen? Verdammt. Spurten. Nein. Nein. Ey, lass mal Zombie heilen. Ja, schön. Geil. Geil. Die Krieger. Ich habe mich nicht mehr in den Kursen gebrochen. Scheiße. Scheiße. Ah, scheiße, ich habe keine Ex-Zauber gezogen, fuck. Scheiße, da habe ich wieder nicht nachgedacht, fuck. Okay, eins. Eins, zwei und drei. Ähm. Wenn ich jetzt den hierhin mache. Der lohnt noch nicht, ne? Das war's. Ich weiß, was du hierhin? Okay. 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 Ja, der Scheiß, die beiden Wichser müssen weg. Aber wir stehen, glaube ich, besser da, wie in der letzten Folge. Achso. Ne, warum kann er nicht umgreifen? Ich bin im Ressourcen. Ja, ja, ja. Alter, das wird übel. Woher? Ja, doch. Ha, ha. Aber jetzt müsste ich gleich Fluch vertreiben. Da bin ich, glaube ich, ganz gut dabei. Dornenwuchs, sehr geil. Boah, Alter, das ist so heftig. Mein Zombie ist tot. Was ist denn jetzt dran hier, da? Carla. Was machen Sachen? Du kümmerst dich jetzt mal um den Kollegen, da. Göttliches Gespür, das ist so heftig. Oh, der Scheiße. Was mache ich denn, der Fakker? Okay, der ist auch weg. Ja, sehr gut. Betreiben, drei Runden. Das wäre perfekt. Den müssen wir jetzt noch killen. Räufige Tempest, ich werde aufrufen. Warte mal, wir durchballern und denen einseckballern. Schönes Ding. Kritischer Pfeffer, ach, super. Zwei Runden noch. Ich schaffe mir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich die drei ausknipsen hier. Ich hoffe, Schattenherz kann nochmal diesen Flug wirken. Oder Gale mit seinem, äh, Schwupps da, mit seinem, wenn er das überlebt. Ja, Leute, eigentlich. Dass man die alle hier runterkommt, ist einfach, oh ha. Nein. 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 Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh! Fuck, die kann jetzt nix wirken, ne? Oh, fuck! Scheiße! Ich hab nix zum Schubsen, fuck! Zauber! Was hab ich für Zauber? Oh Gott! Schwarze Tentakel! Ich brauch irgendwas, was richtig schön Damage macht oder schleudert! Klopfen, fliegen! Scheiße, was nehmen wir denn da? Monster festhalten! Brennende Hände! Ich hab nix zum Krone des Bahnwürmens! Feuerschild! Von drei Metern Lichtspretten, Resistenz gegen Völk, der Schall hier werden nicht gefangen Toden sprechen, Monster festhalten, Nebelwolke! Rascher Rückzug, Schmieren! Scheiße, ich hab keinen Flächenschaden ey! Stinkwolke! Sprühende Farben! Blende bis zu 33 Trefferpunkte! Kreaturen! Müsste ich aber irgendwie hier so hin? Was soll man hier? Warum sind denn... Kreaturen! Kreaturen! Kaiko! Kreaturen! Kreaturen! Sonst 26 von 35 von 35 von 35 von 35 von 36 von 34 von 35 von 35 von 35. Kreaturen. Wichtig ist, was ist ein Kampf solarisier zu verabschlauen? Hier so runter, Flup. Oh, nee. Jetzt hab ich's verkackt. Geschafft, oder? Ich hab's geschafft, hätt' ich nicht gedacht. Aber etwas ist falsch. Schrecklich falsch. Nein. Es kann nicht sein. Ist er tot? Wir müssen Tanja an einen sicheren Ort bringen. Der Schattenfluch ist stark wie irgendjemand. Euer Plan ist gescheitert. Ja. Ich bringe ihn zurück zum Camp. Er wird mit uns安全 sein. Ich muss ihn überprüfen. Ich muss verstehen, was falsch ist. Es ist fast wie etwas von ihm ist. Ich bin von ihm. Komm, siehst du uns, wenn du kannst. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Krass. Oh mein Gott. Äh, ich glaube nicht, dass wir uns einsammeln. Okay, Leute. Abflug. Wir gehen erstmal hier in Sicherheit. Und wir chillen uns erstmal. Ah, ne komm. Wir gehen hier oben hin. Ich wünschte, dass wir mehr interessanter Zeiten leben. Diese Bauten haben alles gesehen. Was haben wir denn hier? Lebensentzug. Ist zu langer Rast. Ja, gut, dass wir jetzt gleich eine machen. Oh, Leute. Ich hätte es nicht gedacht, bin ich ehrlich. Ähm. Wir gehen jetzt einfach mal ins Lager und quatschen einfach mal grundsätzlich mit allen. Einmal würde ich sagen. Um einfach mal wieder so ein bisschen die Gespräche zu kriegen. Was ansteht. Was den Leuten auf dem Herzen liegt vielleicht. Ich habe eure zweite Verbesserung erhalten. Wie fühlt sich an? Bei ihr. Ja. 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 Aber der Mann hat doch gesagt, dass eure Maschine auf der materiellen Ebene nicht überleben kann. Was ist damit? Ja. Ach. Ich will nicht über das jetzt denken. Misere bleibt immer überwacht. Und Freude bleibt zu schnell. Ich schreie später. Aber nicht jetzt. Was werdet ihr mit eurer neu gewonnenen Freiheit anstellen? Finde ich. Finde ich. Finde ich gut. Ich bin froh, dass ihr bekommen habt, was ihr wolltet. Ich auch, Soldat. Ich auch. Gott, ich auch. Auf jeden Fall, den wir nehmen, fühle ich mich, wie ich ein kleines Traum bekomme. Nur um mich zu gehen. Sehr schön. Okay, jetzt mit meiner liebsten Person hier. Was euren Streit mit Schatzenherz angeht. Habt ihr darüber nachgedacht, die Macht der Larve zu nutzen? Es ist vorbei, wo ich mich interessiert bin. Das höre ich gern. Wir schaffen es nicht, wenn wir nicht zusammenhalten. Es ist durch Konflikt, dass wir unsere Böden stärken. Doch ich empfehle nicht, dass Schatzenherz es wieder zu suchen. Die nächste Resolution kann nicht in ihrer favorisieren. So, das ist das, was die Leute sagen, wenn sie über Butterflies in ihrem Körper sprechen. Habt ihr was? Ah, das sind sie da vorne. Wir sollen das Getränke geben. Ihr und ich. Okay, das sind diese Standard-Dinger, ne? Geht das so. Ja, das kennen wir ja schon. Okay, hier gibt es nichts Neues. Unser ollen Baby wahrscheinlich auch nicht. Hier. Mit Arabella. Easy peasy. Ich habe deine Eltern noch nicht gefunden. Well, hurry. Sie müssen irgendwo sein. Und ich will keine Angst haben. Dann zeige ich dir, dass ich diese Weinen versuchte. Stimmt, die Eltern. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Geil, gibt es bei dir was Neues? Geh, bitte. Ich höre. Sie erwartet, die, die die benutzen die Weave, so ehrlich machen. Mit Respekt für die Potenzial zu zerstören. Wie fühlt ihr euch? As well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Wie fühlt ihr euch? Es kann nicht einfach sein, der Möglichkeit des Todes gegenüberzustehen. Oh, you know me. Never the optimist. I'm trying to focus on the positives. The truth is I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. Won't be a distant bang in the footnotes of history. Willi? Was ist mit dir? Hast du irgendwas zu melden? Na, ihr habt von eurem Vater erzählt, aber nicht von eurer Mutter. Warum? Because there's nothing to tell. She died when I was born. As a boy, my bond with father was too deep to miss the mother I never had. Now, well, I'd be lying if I said I'd never thought about my mother. What life would have been like if she'd lived? Maybe I'd be living in the city. Maybe I'd never have been forced into this cursed pact. But there's no use lingering on maybe's. My mind is on the stories of today and tomorrow. Not those of yesterday. Daniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the shadow fell. The half of his essence remained here amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, Corruption must have taken hold. It's both simple and not. We need to find Daniels missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse would have sunk its tendrils deep, Twisting Daniels essence into something else. What if we found Daniels essence? What if we found Daniels essence? And you saw this boy yourself? That can't be a coincidence. But we need to be sure. And I truly mean we if you wish. Every moment counts. And I've asked much of you already without being at your side. If you want me. I'm yours. Against the curse. Against the absolute. Anything. Just say the word. I'll be ready. Let's say. Hier, Schatten, jetzt brauchen wir ja noch. Äh, jo. Ja und Haier machen. Jo. Gleich kommt wieder. Okay, Freunde. Und hier würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Ähm... Was hat sie denn hier für ein Symbol? Gerne, da kann ich ja treffen. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wo die Reise weiterhin geht. Gutes Deutsch. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao mit V.